Brennende russische Panzer auf einem Feld in der Ukraine. Luftaufnahmen einer ukrainischen Einheit filmen die winterliche Landschaft. Zahllose Krater sind zu erkennen. In der Ferne eine Explosion. Ob der Panzer auf eine Mine gefahren oder abgeschossen worden ist, unklar. Bildmilitärexperten ordnen die Bilder aus der Nähe von Vuleda im Osten der Ukraine als echt und aktuell ein. Scheinbar ziellos sind Putins Panzer über dieses verschneite Feld in Richtung ihres Ziels gepflügt. Erschreckend wird hier deutlich, mit welcher Kaltblütigkeit Aggressor Putin seine offenbar vollkommen unzureichend ausgebildeten Panzereinheiten in ihr eigenes Verderben fahren lässt. Und auch, wie wichtig die Unterstützung der Ukraine ist, um sich gegen die Invasoren wie hier verteidigen zu können.